Landgericht Frankfurt. Hier hat heute der mit viel Spannung erwartete Prozess gegen den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann begonnen. Der Vorwurf vor der 24. Großen Wirtschaftsstrafkammer lautet auf Vorteilsannahme im Amt. Ja, volkstümlich könnte man das übersetzen mit Korruption. Peter Feldmann bestreitet alle Vorwürfe. Im Wesentlichen geht es um zwei Sachverhalte. Zum einen, dass seine damalige noch Ehefrau Sibayde in einer Frankfurter bilingualen Kita der Arbeiterwohlfahrt einen Leitungsjob bekommen hat mit einem deutlich überteuerten Gehalt und einem Dienstwagen. Und zum anderen ist der Vorwurf, dass die AWO für Peter Feldmann in seinem damaligen Oberbürgermeisterwahlkampf, als es um die Wiederwahl ging, für ihn Spenden gesammelt hat und ihn unterstützt hat in seinem Wahlkampf und er sich sozusagen zugesagt haben soll in einer stillen Übereinkunft, wie es die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift formuliert hat, sich wohlwollend gegenüber der AWO zu verhalten. Das Ganze gehört ja so zum zum AWO-Skandal auch, in denen die Kreisverbände Wiesbaden und Frankfurt verwickelt sind. Im Kern des Ganzen und heute auch oft genannt sind Hannelore und Jürgen Richter, die beiden Geschäftsführer, ehemaligen Geschäftsführer, muss man sagen, der Kreisverbände Wiesbaden und Frankfurt der AWO. Und ja, Peter Richter hat sich heute vor Gericht nicht so locker und lächelnd gezeigt, wie man ihn sonst kennt von seinen Pressekonferenzen, wo er auch immer alle Pressevertreter persönlich mit Handschlag begrüßt hat. Er wirkte ein bisschen nervös, hat mit seinem Anwalt sich oft unterhalten und ja, vertreten wird er von zwei Verteidigern, von Ulrich Endres, der heute nicht da war, relativ bekannter Strafverteidiger aus Frankfurt, der auch Magnus Gäffgen verteidigt hat und David Hoferbert, der gleich versucht hat, vor Gericht auch mit einem Befangenheitsantrag sozusagen den Vorsitzenden Richter abzulehnen. Im Gespräch nach der Verhandlung ging es eben auch nochmal darum, dass man in Zweifel ziehe, ob es ein objektives und neutrales Gericht sei. Selbst ausgesagt hat Peter Feldmann heute nicht. Das ist für den nächsten Verhandlungstermin am Donnerstag, 27. Oktober angekündigt. Vorgeladen sind für diesen Termin auch Hannelore und Jürgen Richter als Zeugen sowie Subeyde Feldmann, also die Noch-Ehefrau von Peter Feldmann und die ist ja bei diesem Leitungsjob in der Kita, Dostlook geht. Beide haben schon, also Jürgen Richter und Subeyde Feldmann haben schon über ihre Anwälte ausrichten lassen, dass sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen wollen, weswegen der Vorsitzende Richter Gröschel sie heute dann auch als Zeugen abgeladen hat. Die Eröffnung der Verhandlung war heute relativ schnell vorbei. Es hat mit Verspätung begonnen und war dann eigentlich nach einer Dreiviertelstunde, also nach diesem etwas hin und her um diesen Befangenheitsantrag und diesen Ablehnungsantrag, den der Verteidiger nochmal öffentlich verlesen lassen wollte, mit der Verlesung der Anklageschrift beendet. Es sind insgesamt sechs Termine vorgesehen jetzt. Es wird bis in den November Rhein verhandelt, es sind zahlreiche Zeugen aus der Stadtverwaltung und aus der AWO geladen. Da ist man sehr gespannt, wie die Aussagen werden, denn es geht ja im Wesentlichen darum, dass Peter Feldmann sich für die AWO eingesetzt haben soll und bei diversen Menschen aus der Stadtverwaltung ein gutes Wort eingelegt haben soll. Und Hannelore Richter hat ihn laut Anklageschrift dazu mehrfach ermahnt und hat sich in irgendwelchen Nachrichten immer wieder gemeldet und hat gesagt, wir haben viel für dich getan, wir sind loyal gewesen, jetzt erwarten wir auch eine Gegenleistung, wir müssen uns aufeinander verlassen können, quid pro quo. Verteidiger Hoferbert hat das eben so eingeordnet, dass das kein Aufruf quasi sei, um im Interesse der AWO zu handeln. Die Verteidigung will sich nächste Woche auch ausführlich einlassen zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Es wird mit Spannung erwartet, wie das Verfahren jetzt weitergeht, vor allen Dingen, wenn Peter Feldmann sich nächste Woche äußern will, das allerdings nur über seine Verteidigung. Der Gerichtssaal, das es heute noch aufgefallen war, ein relativ kleiner, den man für diese Verhandlungen ausgewählt hat, obwohl das Medieninteresse natürlich groß war. Wir hatten ungefähr 50 Plätze für Zuschauer. Da wurden dann irgendwann kurz vor Beginn der Verhandlungen wurden dann auch Zuschauer abgewiesen, einfach mangels Platz. Die größte Zahl von Zuschauern war heute wirklich auch Medienvertreter. Viele Kameras waren hier von überregionalen Fernsehsendern auch. Also das Interesse ist groß und man muss sich das noch mal vor Augen halten. Es ist der amtierende Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt, der hier vor Gericht steht und parallel läuft bekanntlich am 6. November dann auch das Abwahlverfahren für Peter Feldmann, der ja gerne noch im Amt bleiben würde bis Ende, bis zum Ende seiner Amtszeit, was er im November noch mal gesagt hat. Für einige überraschend. Also am 6.11. kommt es dann darauf an, dass sich 30 Prozent der wahlberechtigten Frankfurter zur Wahlurne begeben oder per Briefwahl eben abstimmen und mit Nein die Abwahl von Peter Feldmann einleiten. Denn ansonsten könnte es im schlimmsten Falle so kommen, dass er wirklich noch im Amt bleibt. Kommen wir noch kurz zum Strafmaß, das hier im Raum steht. Für Vorteilsannahme im Amt wäre möglich eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder halt eine Geldstrafe, was aber auch nicht ausgeschlossen ist. Laut Prozessbeobachtern ist ein Freispruch oder eine Einstellung wegen Kriegfügigkeit der Schuld. Es ist alles noch offen, aber es war schon mal ein ganz interessanter erster Tag heute und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir informieren auf allen Kanälen natürlich über das weitere Verfahren. Bleiben Sie dran! Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.